Wird heißes Essen kühler, wenn man es anpustet? Ihr fragt, ich antworte und die Antwort lautet, ja tatsächlich, das bittet ihr euch also nicht ein. Denn dadurch blast ihr die anliegende Umgebungsluft am Essen weg. Und damit kommt kühlere Luft ans Essen. Die entzieht dann dem heißen Gericht die neue Energie, in dem Fall die Wärme. Und so wird es langsam kühler. Umso heißer ein Gericht, desto besser funktioniert das. Ist euer Essen nur lauwarm, dauert es langsamer. Fragst du dich immer noch?